Im Kindergarten sah ich ihn, erinnere mich genau. Ein Regenbogen, bunt und schön, schwebte im Himmel blau. Der Wind schob ihn behutsam fort und aus meinem Blick. Ich wartete noch lange, doch er kam nicht mehr zurück. Darauf hab ich ihn so gemalt, wie er wirklich war. In zwanzig grellen Farben, ganz genau wie ich ihn sah. Auf seinem Rücken, da saß ich mit nem Drachen in der Hand. Blickte auf meine Bude, die damals noch stand. Wie schnell die Zeit vergeht, vom Wind davon geweht. Wie schnell die Welt sich dreht, ohne Ruhm. Wie rasch der Tag verrinnt, die Kinder größer sind. Der Abend schon beginnt. Und wer bist du? Wo der Bogen auf die Erde traf, malte ich einen Grub Gold. Ich mochte ihn nicht suchen, hatte ihn doch nicht gewollt. Lieber hätte ich ihn noch einmal gesehen. Meinen Regenbogen, lange ließ er auf sich warten. Doch er hat mich nie betrogen. Heute flog er am Horizont mit seinen sieben Farben. Doch ich hatte nicht viel Zeit, konnt nur ein paar Blicke wagen. Gewünscht hab ich mir nur noch schnell, was ich schon lange wollt. Endlich Zeit für meine Träume und den Krug voll Gold. Wie schnell die Zeit vergeht, vom Wind davon geweht. Wie schnell die Welt sich dreht, ohne Ruhm. Wie rasch der Tag verrinnt, die Kinder größer sind. Der Abend schon beginnt. Und wer bist du? Wie schnell die Zeit vergeht, vom Wind davon geweht. Wie schnell die Welt sich dreht, ohne Ruhm. Wie rasch der Tag verrinnt, die Kinder größer sind. Der Abend schon beginnt. Und wer bist du? Wie laid es um, wenn du nicht dreht, ohne Ruhm. Und wer bist du? Wie ist die Zeit? Untertitelung des ZDF, 2020